Yo, yo, liebe Leutchen. Wahrscheinlich liebe Leutchen, unterwegs mal wieder hier auf dem PvP-Server. Es wird mal wieder Zeit, Friendly Player zu finden, Bro. Aber ich glaube, das wird so unmöglich, denn das ist wieder der Rüstenserver. Da, wo die FPS natürlich nicht mehr so am lechten Fleck sind. Kurz drauf geguckt und die sind hier in Gorka. Und das war doch eigentlich ganz nice, ne? Ich glaube, hier haben wir noch nie PvP gemacht. Also jetzt sozusagen auf dem PvP-Server. Ansonsten natürlich schon. Okay, noch deswegen wollen wir natürlich hier drauf. Aber, wie ihr sehen könnt, es ist hier natürlich nicht, ja, Friendly. Ich glaube, die Kategorie gibt es hier gar nicht. Okay, du hast gesagt, da sind Leute in der Police, ja? Ja, fünf Stück so mit Armbändern. Fünf Stück nur, nice, zu zweit. Guck, guck, guck. Oh ja, da drin wird schon geschossen, ja, hast du ihn gesehen? Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Ich ziel, ich ziel hart. Nice, ziel hart, bitte. Hart? Hart Hit? Nee, hatte keinen Hit. Hat keinen Hit, nice. Finde ich auch, ne? Ich bin so gut. Also, was ist denn daneben? Hart Hit? Ich bin jetzt mit dem Schuppen daneben. Hart Hit? Du bist mit dem Schuppen daneben? Ich habe einen gekillt. Ja, ich versuche auch mit denen zu reden. Alter, wie sie abgeht. Und, sind sie friendly? Ich glaube, der hat nein gesagt. Ich bin das? Ja, lass reingehen. Okay. Unten links sind sie wahrscheinlich. Unten links sehe ich niemanden. Bin schon mal drin, bin schon mal drin, im ersten Internet der Tür. Alter, was hier rumliegt. Irre. Habe einen. Das war, glaube ich, nur einer, ne? Weiß ich nicht. Einer ist auf jeden Fall tot. Oh, fuck. Kommst du nochmal her? Ja, ja, klar. Ach so. Ja, natürlich, ne? Nee, Bro, ich lock jetzt aus. Ja. Also, es sieht safe aus. Ich bekomme einige Türen nicht auf. Aber es sieht safe aus. Ich würde sagen, ich halte mal die Tür hier, beziehungsweise das Gebäude und warte auf dich. Würde ich sagen, Bro. Wir stürmen da rein, oder? Wahrscheinlich stürmen wir da einfach nochmal rein. Ich renne mal direkt rüber. Rüber oder rüber? Rüber. So richtig, wie eine Robbe. So, hier, schottendicht. Geil, schottendicht. Und hier natürlich... Hey, Leute. Ihr seid noch in der Pläne? Nice. Mach zu die Scheiße. Vorzumachen. Alter. Ist eigentlich nicht so gut der Ort hier, ne? Nee, überhaupt nicht. Beide bluten hart. Ähm, sollen wir in die Police stürmen? Nee, müssen wir, oder? Ich blute hart. 3, 2, 1, go. Tot. Safe tot, safe tot. Safe tot in 3, 2. Vorne rechts ist keiner. Ihr macht zu. Shit, die Tür ist zu. Wow, die Tür ist zu. Scheiße. Ich lebe noch. Wo ist der? Der, der Gaff, der Gaff. Ich sehe ihn leider nicht. Hinten links in der Tür. Ja, ja, ja. Er hat zugemacht. Ist ja... Oh, steck mir doch nicht in. Schock, 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 schock. Ich bin tot von irgendwoher. Ich verstehe kein Wort. Was ist passiert? Ich bin tot von irgendwoher. Aus dem Fenster? Von draußen, oder was? Weiß ich nicht. Hier wird überall reloaded, Mann. Ich glaube, der ist in diesem Scheißgebäude. Alter, war er halt echt, ne? So dead? Ne, ne. Übelst laut hier auf dem Server irgendwie. Ich verstehe gar nichts, Mann. Die sind alle nur am Schießen. Ich schreie einfach rum. Ist mir egal. So 2 Uhr nachts. Also. Wahrscheinlich 2 Uhr nachts. Ja, geil, Mann. Let's go. Jo, kleines Update. Ich bin jetzt hinter der Police, Bro. Ich komme auch zu dir, Alter. Nicht erschrecken. Ach, hier ist eine Mau. Ich komme gar nicht zu dir. Nice. Oh, hey. Ich hätte mich fast erschrocken, Mann. Geil. Oh. Ich höre dich, ich höre dich. Ja, Mann. Bist du da fast? Ja, da ist er, der Bastard. Nice, Mann. Es geht, Alter. Jun, ist klar. Aber kann er hinten in die Police rein? Ja, natürlich. Ach, krass. Das wüsste ich gar nicht. So, ich versuche einfach mal vorne rumzulaufen. Ich bin ja mal hinten drin, aber ich bekomme die Tür hier nicht auf. Ich glaube, man kann nur vorne rein. Ich werde das probieren. Die war doch gerade offen hier. Ich kriege die nicht auf. Bist du da? Ja, klar. Fuck, Mann. Die geht auf. Wieso bekommst du die denn auf? Ich nicht. Ganz easy. Das ist ein Bug, Mann. Wollen wir erst hoch, oder? Yo, hello? Ich würde sagen, erst mal machen wir die Schotten dicht. Hallo. Hallo, Guys. Yo, hey, what's up, guy? Friendly. Friendly? No. Why not, man? We can team up. Did you ever try? Okay, uh, what if we would come up with no gun in hands? What do you think? We are friendly. We are friendly, yeah. Okay, Ben, I will come up now with no gun, okay? I will try you. I didn't understand your answer, but I will try, okay? Look, I got no gun. Hello. Hey, can you see me? Hey, yo, what's up? Nice to meet you. What's your name? Yo, we are two guys. I'm friendly, too. I'm friendly, too. Hello. Oh, hey, yo. Hello. Okay, cool. I'm really surprised. This is my situation. We are friends now, man. Are you from Russia? Yeah, yeah. Oh, yes. Sorry. Okay, I can't speak Russian. Sorry. What's up, man? Yeah. Huh? What's up, man? What's up, man? What's up, man? Yeah, nice. That's the only thing I can. Nein, I can't do anything else. I can't do anything else. Okay, I'll take my weapon out. That's already the next step. Okay. Goodbye. Goodbye, man. Goodbye. Goodbye, my friend. Have a nice day. Come on, bro. Wir sind eigentlich fertig mit dem Server hier, oder? Weißt du, was weißt du? Wir haben alles erreicht, was man erreichen kann. Hier auf dem Russen-Server friendly ein Gebäude eingenommen. Ohne Spaß ist schon, wie soll ich sagen, eine schwierige Challenge auf dem Russen-Server. Ja, ich habe gerade auch schon Steam-Achief mitbekommen dafür. Aber du wirst uns aber hier eine friendly Aktion zu starten. Das ist richtig hart. Was ist denn mit dem Typen unten drin eigentlich? Lebt der noch? Ich weiß es nicht. Sollen wir mal gucken? Er ist tot, er ist tot. Ist nichts da. Okay, alles klar. Das heißt, die Polizei haben wir tatsächlich eingenommen. Durch Diplomatie tatsächlich. Ganzes Gebiet gehört uns wahrscheinlich Gebiet. Wollen wir durch diese ehrenhafte Aktion noch einen grüßen? Oh, oh, oh. Was war das? Was war das? Irgendwo unten ist einer. Unten ist einer. Ich wollte jetzt gerade noch einen grüßen, so. Dann kommt so ein Bastard da, oder was? Hallo, buddy? Ich weiß nicht, wo er ist. Also, sind alle Türen zu? Ja. Schwer zu sagen, Bro. Hallo, friendly guy. Oh, calm down, man. Easy, easy. Wollt ihr auch hochkommen? Nee, nee. Hast du den angehittet? Ich f*** dich, ich f*** dich. Warum? Nein, 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 Mann. Nein, 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 nein. Wir sind freundlich, Mann. Wir sind freundlich, okay? I f*** you, I f*** you. Was ist denn los mit dem? Was soll das, hä? Ja, wir sind hier eigentlich, sag mal. Oh, Türen. Achtung. Du sollst wahrscheinlich gleich reinkommen. Alter. Lebst du noch? Ja, ja, ja. Hallo? Ich muss die Scope mal abnehmen, ne? Friendly. Ja, friendly, too. Okay, I'll put your gun on your back. What? Okay. Irgendwer ist gestorben. Ich glaube, der aggressive Typ hat einen friendly Typ geschossen gerade. Hallo? Hallo? Ich guck dich gar nicht. War engst du noch in den Flur? Ich guck runter, ja. Dabei, выходi, wo du da sitest, Kajol. Dabei, bleib, kurva. Yo, hallo, Mann. Hey, was ist denn? Ich guck, der will uns, oder? Willst du sprechen? Wahrscheinlich sprechen. Nein, ich will, du... Hallo, hallo, Mann. Was, geh weg? Hallo, du geh weg, Alter. Alles klar. Hat er echt geh weg gesagt? Geh weg, Martin. Ich bin zu Hause, geh weg. Wir können Freunde sein, Mann. Ja, wir sind Freunde. Ich habe keine Ahnung, was er sagt. English or German, please. Yo, geh weg von diesem Haus. Ach, geh weg von diesem Haus. Warum, warum? Warum nichts? Warum nichts? Warum nichts? Warum sitzen hier? Wie eine kleine Maus hier. Friendly Challenge, Mann. Wieso kann der Deutsch, halt? Der kann ja besser Deutsch als Englisch, Mann. What the fuck? Manchmal, glaube ich, auch besser Deutsch als wir, Bro. Ja, gut, das kann der Sumpf, Sumpf und was weiß ich, was wir schon noch gedroppt haben. Kabelmanagement und Manufaktur. Manufaktur. Das ist echt so, ne? Geronnen. Ah, ich noch mal einen kleinen Kratz hier. Alles klar. Wir können, wir können Freunde. No, no. Ich brauche keine Freunde. Doch, du brauch ein Team. Ich brauche normal Spiele. Warum? Nein. Mit rotem Armband. Come on. Wieso bist du denn so aggressiv? Ich verstehe auch nicht, wieso. War du? Bist du überhaupt hier drin? Und zurück? Ja, er ist unten im Raum. Ich komme nicht hoch. Let's be friendly. Come on. Sei freundlich, Mann. Du willst es auch. Ich weiß es. Beste Freunde. Beste Freunde. I can't get, Leute. I can't get. I'm a good man. I'm a good man. Was hat der Lieber? Ich weiß es nicht. Ich habe gleich keine Mags mehr. Aber hier liegen natürlich noch genug rum. Hier liegt noch genug Scheiße rum, Alter. Ja, Mann. Wahrscheinlich ja, Mann. Wahrscheinlich darf man aber gar nichts mehr sagen. Er kommt, er kommt. Bist du nun freundlich oder nicht? Er ist unten, ne? Im Flur. Schweiz. Belgien. Wahrscheinlich Schweiz. Das ist neutral, Mann. Die, keiner hasst die. Ich komme aus Deutschland. Aber aus Lettland. Aus Lettland. Ich habe keinen Plan. Ich habe keine Ahnung, was er will. Ich bin da. Yo, kannst du nicht Deutsch, Mann? Mein Deutsch ist gut. Nee, dein Deutsch ist sehr gut. Komm mal hoch, dann können wir hier Freunde. Weißt du? Nein, nein, Leute. Entschuldigung. Ich will nichts. Geh. Das ist geil, Alter. Irgendwie immer. Ja, fürs Dachfronten war das. Pass auf, pass auf, pass auf. Sie sind in den Beinen. Ja, ich höre es, ich höre es. Ich glaube, er hat geschossen, ne? Er ist tot, er ist tot. Er wurde erschossen. Hast du ihn ge... Nee. Nein, na Quatsch. Ich dachte, wir können ihn überreden, aber man hat mich nicht geschossen. Hey, why did you kill him? Why did you kill him, man? Shit. Wer ist tot? Ja, der hat das überlebt. Ich bin tot. Ich habe keine Ahnung, wie er das überlebt hat. Wo ist er denn hin? Der ist noch in dem Raum. Wenn du rausgehst, rechts. Nee, der ist hier nix. Komm. Einen habe ich? Nein, ich habe noch einen gesehen. Oh, fuck. Das waren zwei. Echt? Ja. Yeah. Wieder vor der Police. Bereit, sie wieder einzunehmen für uns, Broden. Die gehört einfach uns, ne? Das ist einfach unser Ding. Ich würde sagen, hinten. Das ist die Idee eigentlich. Dass wir es nicht, wie wir jeden Scheißraum absaven können. Ja, eins nach dem anderen hier. Okay, kleiner Raum safe. Machst du zu? Ich glaube, ich kann das wieder nicht. Ja, ist zu. Ja, ich kann wieder keine Türen interagieren. Good job, man. Oh, selbst links. Anyone hier? Oben links wahrscheinlich. Oben links. Ich gehe mal unten. Unten ist safe. Friendly. Friendly, friendly, man. Really friendly? We can team up. Oh, nicht du schon wieder. Ja, komm mal, ruhig dich, Mann. Nein, wir wollen euch nichts tun. Nein, alles klar. Nicht dabei. Hallo, wir sind hier, weil wir euch ein bisschen beruhigen wollen und einfach mal jetzt hier friendly sein wollen. Okay, wir kommen jetzt ganz langsam hoch und wir werden nicht auf euch schießen. Okay, hier, guck mal da. Du hast ja auch deine... Okay, da siehst du. Schau. Yo, hi. What's up? Hey, guy. Friendly, 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 friendly. Whoa. Really? Er hat geaimt auf dich. Ja, ich weiß. Wirst du der andere? Ich weiß es nicht. Große auch safe. Große auch safe. Oben vielleicht. Der Raum ist auch safe. Muss hinten oder oben? Der Raum ist auch safe. Oben. Okay. Er ist eigentlich auch safe. Loll. Tatsache. Wo kommt denn die zweite Stimme her? Ich weiß es gerade nicht. Haben wir unten alles abgesaved? Ja, eigentlich schon, oder? Eigentlich schon, na? Da ist ja dieser Raum ja noch nicht. Aber ich bekomme den auch nicht auf. Welcher nicht? Der Zuirne. Wahrscheinlich Zuirne, der geschlossene. Setzt du wahrscheinlich Zuirne. Ist auch safe, ne? Auch safe, ja. Komisch. Hallo, ist jemand noch alive? Ja, dann warten wir halt mal wieder. Ich glaube, die... Ich glaube, die haben ein bisschen... Weiß ich nicht, die sind ein bisschen sch... Die sind ein bisschen schüchtern. Die sind ein bisschen ängstlich, ne? Ja, die sind ein bisschen schüchtern, die Russen, Leute. So kennt man die gar nicht. Ne, überhaupt nicht, man. Dude, du willst Team-Up? Nein, nein, ich werde nicht... Warum? Sie wollen wir uns töten. Ja, ich bin nicht vorbei. Warum, man? Okay, du bist ein Bandit. Okay, komm, komm, auf, man. Komm, man. Komm, auf, man. Komm, auf, man. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Wie auf geht? Du bist bereit? Ich bin bereit für diese Scheisse. Du bist bereit für diese Scheisse. Du bist bereit für diese Scheisse. Ich bin bereit für diese Scheisse. Ich bin bereit für diese Scheisse. Na, I'm in Tot Noll, nice Ich glaub, der lebt noch, oder? Echt? Oh, der ist tot Ja, killed steht auch Wir wollten es natürlich Friendly lösen, aber er Er wollte es nicht so Friendly lösen und dafür hat er jetzt natürlich Einfach mal die Rechnung kassiert Ich werde beschossen von Draußen, Bro, Achtung Wahrscheinlich Achtung, denn du kannst da gar nichts dran machen Du kommst wieder rein Du bist nämlich oben, ja, ich kann da jetzt gerade nicht Das wird vielleicht abgeaimt Rote Samen habe ich Ich werde beschossen Ich nicht Ich auch Okay, ich versuche wieder hinten rein zu kommen Du Bastard, du Elendiger Wieso, bist du vorne drin? Nee Hab ihn down, man Nice, good job Fuck, Alter Ich komme auch wieder hinten rein Nice Ich muss nicht verbinden, denn ich bin richtig angehittet Hallo Ich habe halt nur so eine Aventores Das ist nicht so geil Das ist wirklich nicht Da liegt jetzt gerade auch nichts besseres Ohne Arcadio Oh, der ist wieder am selben Ort da In der Ecke Welcher Ort? Dieser kleine Raum da wieder Unten Hier unten? Ja, ja Darf nicht, darf nicht, darf nicht, darf nicht Ja, 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 ich sehe ihn Du bist doch irre Ich check mal von hinten kurz ab hier Hab ihn Nice, good job Hab ihn ausgetrickst Wahrscheinlich ausgetrickst Wahrscheinlich ausgetrickst Übel zarter Trick Ja, übel zart Oh shit, was ist los, Mann? Pass auf So Wahrscheinlich, was ist los? Ich sehe nicht, dass er ein Gehleiter Ist er dead? Nee, nee, nee Wo ist er jetzt? Oben irgendwo, rechts glaube ich rein Ins Zimmer Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn Ach du auch Achso, du auch Scheiße, Alter, was ein Chaos Perfektes Teamwork wieder Das war richtig gutes Timing gerade Was hat er denn für eine Waffe? Aha, na MP5 Oh, ich pack hier immer so ein bisschen rum an den Treppen Oh, der ganze Loot, der hier liegt Dass der Server überhaupt noch läuft Ja, schieß ein bisschen raus Das wäre vor 2-3 Jahren nicht möglich gewesen Nee, der wärste, der wärste, glaube ich Auch mit einem NASA-PC abgestürzt Ja Und zwar frontal Das ist ein frontal, Diggi Wahrscheinlich, Diggi Wahrscheinlich, Diggi Apropos lustig Ja, wollte ich auch gerade einleiten Super Bonik oder Boniek Das weiß ich gerade nicht, Bro Was machst du so beruflich? Ich, Bro, ich studiere natürlich Dual Hast du mich gerade allgenannt? Hatten wir auch noch nie Da bin ich mir sicher Doch, hatten wir, glaube ich, schon Aber hört natürlich auch nicht auf, lustig zu sein hier Ist geil, ist geil, auf jeden Fall Du hast auch noch einen Gag? Alter, auf jeden Fall Richtig geil, Mann Hier Hashtag Gag Wer war für den ersten Verkehrsstau verantwortlich? Jesus mit seinen zwölf Anhängern Oh, Scheiße Oh mein Gott, Alter Hänger 69, Mann Legende, Mann Grüße gehen raus an dich Grüße gehen natürlich raus an euch beide hier Natürlich an beiden Natürlich, natürlich, natürlich Oh, in dem Sinne, Bro, würde ich sagen Machen wir einen Cut Ja, wahrscheinlich einen kleinen Cut Ingame gesprochen Nice, perfekt Alter, was für Waffen hier rumliegen Du, ich nehme mir mal eine, ne? Nee, Digger, das sind alles meine Oh, ich schreck mich noch nicht Da kommt einer, da kommt einer Das ist doch geil Yo, yo, du, du, du Ich bin tot Nice Hab ihn Nice Mit einer Pistol Ich werde gerade selber beschossen hier Fuck, Mann Was ist hier los auf dem Server? So, sorry Frisch gespawnt natürlich schon wieder unter Beschuss hier Gucken, ob wir das irgendwie regeln können Oh Gott Oh, das ist der Deutsche wieder Der Russen-Deutsche Der Deutsch-Russe? Ah, egal Der Russland-Deutsche Der Russland-Deutschland Der Russland-Deutschland Der Deutsche, oh Gott Hey Boah Grüße hier gehen natürlich raus Um halb zwölf An Russland-Deutschland Scheiße Okay, hab ihn, hab ihn, hab ihn Fuck Bro, du musst über den Teil kommen langsam Ja, ich bin gleich da Mir geht langsam die Muni hier aus Ach, wenn das sehr unlogisch ist Denn die sind 80.000 Millionen Dann da liegen ja 80.000 Millionen Waffen Ja, eben Ja, komm rein, hoch, hoch, hoch Das bist du dann im Gange, ne? Nee, doch Scheiße Ja, willkommen zurück, Bro Hier natürlich im Ehrenhaus In der Ehrenveranstaltung Und Ich heiße Sie herzlich willkommen Zu einer neuen Folge von Daisy19 So Völlig durch mal wieder hier, Dan Dan, natürlich bin ich natürlich am Start Was ist das? So Letzte Aktion, ne? Okay Bist du ready, Mann? Rauscht du und alle töten, oder was? Ja, gute Frage Sollen wir noch irgendwo hinrennen, dann? Ja, komm, rennen wir irgendwo hin Oh, warte, ich muss eben Oh, ne fucking Shotgun Alles klar, Bro, machen wir Letzte Aktion hier Ich würde sagen, vorne raus Und wir rennen Richtung Beere, oder? Okay, let's go, Mann Das wird, äh, kein Zipperschlägen hier 1, 2, 1 Da hinter uns ist schon einer Ich sehe ihn schon im Augenwinkel Und er zielt auf uns hier Hinter uns? Er rennt rüber Da über der Straße Oh, scheiße Ja Juck dir nicht, dass wir hier sind Perfekt, Dan Denn wir sind natürlich hier auf der Flucht Denn Das wäre doch schon ein bisschen krass Für unsere Gemüter, ne? Der ist doch schon ein bisschen krass, ja Für unsere doch eigentlich sehr Gediegenen Gemüter Gediegenen Ja, ich würde sagen Wir checken mal die Scheude ab Und rennen dann weiter Richtung Küste, oder so Ja, wir fliehen irgendwo hin Das ist so Tissi Base Ich ja auch mal gebührend verabschiede, natürlich Tissi Base, denn Heute noch, denn es ist ja noch nicht schon 0 Uhr Und morgen ist ein Montag Klar, schauen wir uns locker zu Tissi Base ist natürlich auch wichtiger, als das morgen Montag ist Jo, wahrscheinlich Wahrscheinlich hier, oder? Da, Schneidegebäude 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 War das letzte Folge, ja, ne? Burgruine, ja, klar Äh, Schüsse vor uns? Ja, im Haus, links, haben diese kleinen Kacksteine Hat er uns gesehen? Da war noch einer, ne? Echt? Ja, zwei Shit Den ersten hab ich Ich hab noch einen Schuss in der Waffe Liebe Leute, und das war's mit der heutigen Folge von Daisy Dienstag 19 Uhr bei Daisy Leute, haut rein Einen schönen Abend Euer Luzi, ciao Ich hab noch einen Schuss in der Waffe Ich hab noch einen Schuss in der Waffe Ich hab noch einen Schuss in der Waffe